Den würd ich mir zur Bauch holen. Alter. Wir haben mich grad anpisst, ne? Hier, bam, bam, bam. 36er Crit, alles super. 16 Kopfhörer. 8 für jeden, ne? Mhm. Oh, ich find die voll geil, die Drachenfalken, ey. Ja, greif das mal einen an, ey. Kleines Ei, haben wir, haben wir geil. Oh, scheiße wollte ich schon sagen, haben wir geil. Ich weiß. Die kannst später kochen. Nahrungskandelkiste? Da nahrungskandelkiste? Da nahrungskandelkiste? Ist eigentlich immer so scheiße drinnen. So, abgeben. Also, es gibt meistens so scheiße umsonst. So, packen wir rein. Aber wir sind noch nicht gleich mit 10. Das heißt, wir müssen jetzt zum Morgenluft. Ich brauch nur 1000. Ich brauch... Ja, ich noch ungefähr... 900. 800 ich jetzt, um so zu sein. Wie viel kriegen wir denn durch die Quest? 320, hammergeil. Ich brauch noch... Ja, ich brauch noch genau 800. Ne, 799 sogar noch. Ich hab genau 88 Prozent. Ich hab 87. Das ist einmal quer durch die Menge durch. Ich hoffe, ich überlebe das jetzt, ey. Autsch. Oh, fuck. Ich hab mich verlangsamt. Aaaaah. Ich bin tot. Hammergeil, wie wir jetzt bald drauf gehen. Loll. Guck mal. WTF. Das war fail. Das war verdammter fail. Richtig gut. Ich achte nur auf die, weil ich mir dachte, ja komm, hier heize die mal eben. Ja. Leben wir uns jetzt 10 Meter weiter. Und dann sind wir da... Ja, so gut wie durch. Oh, ich werd mal, der Festplatz ist gleich so richtig schön voll, ey. Oh, ja. Wenn wir ganz schön fail, geht's... Komplett voll, ey. Und einfach, ähm, zu voll... Also, das ist nicht mehr offen. So, ich bin hier hinten, weil du hier hinten gestorben. Das weißt du, ne? Ich bin doch schon wieder, wiederbelebt. So. Warte mal hin. Warte mal hin. Muss ich schielen? Ich muss mich mal wieder buffen jetzt. Und dich buffen. Und schnell was trinken. Da ich meiner brauch. Du brauchst keine Mana? Nö, erstmal nicht. Wir sind ja nicht Infight also. Ich bin wieder full. Aber er weiß, wann wir Infight sind, ne? Ja, ich bin auch gleich wieder full. Das regt so schnell. Ja, jetzt noch. Später wirst du mich anbitteln, dass ich dir Wasser gebe, ey. Ich will. Weil du sonst einfach nur dauerhaft Mana Probleme haben wirst, ey. Da siehst du ja um das schöne große Gebäude, ne? Genau da müssen wir hin. Ich weiß. Ich frag mich, ob der Boss hier immer noch ist. Hier bei Nordschlacht statt da immer mal so'n Boss. Ja, stimmt. Fand ich mal ziemlich lustig. Mh. Mh. Morgenluft. Wie Abenddämmerung, so'n Scheiß. Ja, ne? 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 Da vorne auch gleich. Ich würde sagen, das machen wir, weil da kriege ich schweres Rüstungsbrust an ihm. Wir machen uns jetzt doch auf Level 10. Oh ja, Gold ist hier willkommen. Ja, lass aber diese Kräfte machen. Ich will nur ein Neuer Rüstungsgänger. Dann krieg's halt am nächsten Mal für das neue Rüstung. Ja, wir können doch jetzt den Krästen machen. Aber wir machen halt doch alle festfällig oder so. Ja, dann lass es doch. Ja, dann lass uns doch die nehmen, Alter. Da müssen wir nur 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 6 und 6 Wachdaten zu stellen. Ja, du bist dumm. Du bist bei denen, dass die unsichtbar sind. Die muss er erst mal finden. Kriegen wir schon hin. Wir werden siegen. So, verkaufe mal ne Runde wieder. So, weg damit. So. Mal mal kurz gucken, ob dieser Boss noch da ist. Können wir zwischendurch ja auch eins von den Scheiß, äh... Lüx, Lüx, Löwen, Kätzchen, genau, Kätzchen. Okay, hier ist wohl einer, glaube ich. Weil ich infight bin. Ja, weiß einer. So, mal gucken, ob du infight bist. Alter, wie gesagt, durchschubst du das ja nicht. So verzähl ich nicht. So verzähl ich nicht. So verzähl ich nicht. Ja. So bist du wahrer da bisher immer. Okay, ich bin infight. Warte mal, ich bin infight. Ach, warte mal. Ach, ich wollte gerade meine Talentpunkte vergeben. Irgendwo hier müsste eigentlich gleich so ne Scheiß Katze wieder auftauchen. Ja, da haben wir sie. Stufe 10. Nice. Talentpunkt machen wir gleich. Ich muss mal gucken, ob dieses Scheiß Viecher ist. Sieht aber schlecht aus. Aber wir haben was neues entdeckt, haben dafür Erfahrung bekommen. Ja. Und hier gibt es auch wieder eins von den Katzen. Für das Alchemie-Lehrer. Okay. Also hier irgendwo sollte es auch noch welche geben. Ich weiß nicht genau, wo. Ich weiß doch früher, als ich mal genau wusste, wo welche sind, ey. Das war voll krank, ey. Ohne Scheiß. Okay, ich hab einen. Okay. Alter, wieso kommt immer sofort aus meiner... Ach, ich weiß, wieso ich immer aus meiner... äh... Ding jetzt rauskommt. Da hab ich grad nen kleinen Leck. Alter, wo bist du? So, ich hab einen von sechs Pelzen. Ja, ich auch. Ja, komm mal her, ich heal dich hier. Aber ich kann einfach ab hier schon heal. Oh, komm mal, wir haben gleich den nächsten. Ich hab gleich Kiel-Ago bekommen. Zweiter Pelz. Ich glaub, hier müssen viele rumlaufen. Wieso? Weiß nicht, ich hab gleich schon zwei geklafen. Alter Scheiß-Husten, ne? Wo ist die Gefahr? Okay, hier unten sind gar nicht keine mehr. Ja, aber gut, egal. Dann lass eben, eben's, äh... Geh jetzt lernen. Schlein. Stimmt. Wozu haben wir denn, ne? Jo. Guck mal, was mal eben. So, da hoch. So. Hm. So, was kriegen wir so schönes? Wasser herbei, zum Beispiel Stufe 2, Frostnova und Frostrüstung auf 2. Gleich Frostrüstung, ihr da jetzt drauf, das ist schon auf 2, Frostnova... Lassen wir, glaub ich, da mal. So, dann gucken wir mal bei Talenten. So, was kriegen wir denn? Oh, geil. Hand auflegen. Oh, ja, das ist ziemlich nice. So, ich werde wohl auf Feuer gehen, das Feuer einfach abartig viel Schaden macht. Oh, nice. Hier. Falls du mal irgendwie kurz am abgräbeln bist, Hand ist Schutz, dann kannst du... Verringert die Ablehnzeit eures Zaubers. Feuerschlag um 1 Sekunde. 8 Sekunden Ablehnzeit. Aber 2 Sekunden weniger. Gut, bringt's nicht so, ne? Ich glaube, er bringt... Wie viel haben wir da jetzt? Wirken in 2 Sekunden. Das können wir auf 0,5 Sekunden verringern. Das machen wir also. So, also von mir aus können wir... Ah, okay, da ist der jetzt Internet abgeschmiert. Das ist der perfekte Moment, um die Aufnahme zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.